Soeben wurde es bestätigt, im März erhalten wir das allererste Content Update für Lost Ark. Was dabei ist, schauen wir uns auf jeden Fall in diesem Video an. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass die so schnell schon etwas bringen. Aber ja, lasst uns einfach mal eben in den Artikel reinschauen. Und wenn euch das Video gefällt, den Like-Button nicht vergessen und abonnieren, wenn ihr in Zukunft überhaupt nichts von Lost Ark verpassen wollt. Aber egal, fangen wir einfach mal direkt an. So, Artikel auf der offiziellen Homepage verlinke ich euch unter dem Video, Entschuldigung zum März Update. Schon mal vorweg, alles oder es steht nicht sehr viel hier drin, es stehen zwei Dinge drin. Die haben schon angekündigt oder hier auch schon beschrieben, dass es nicht alles, was kommt. Also von daher nicht jetzt denken, okay, war das schon alles? Und zweitens, es steht noch kein Datum dran. Also das wird alles noch angekündigt. Aber legen wir mal los. Obwohl Veröffentlichung erst einige Wochen her ist, wissen Fans von Lost Ark, dass es in der koreanischen Version vor allem eine Fülle von Inhalten gibt. Und genau das ist einfach der Grund, warum die uns so schnell etwas nachschieben können. Die müssen gar nicht so viel entwickeln. Die müssen uns eigentlich nur die Dinge freischalten. Und das Ganze passiert halt noch im März. Die ab März verfügbar sein werden diese Geschichten. In naher Zukunft werden wir außerdem eine Roadmap. Und genau darauf freue ich mich. Auf diese Roadmap. Ich vermute, dass die aktuell noch halt einfach an den Bugs arbeiten, an den Warteschlangen, an der Server-Stabilität arbeiten, vor allem halt auch an den Party-Queues, dass man sich halt einfach vernünftig auch zu solchen Stoßuhrzeiten in Dungeons anmelden kann. Und dass sie uns danach halt einfach eine ruhende Roadmap präsentieren können, wo Content kommt, wann Charaktere kommen. Freue ich mich mega drauf. So, März-Inhalte. Bitte beachtet, eben schon vorweg gesagt, dass die folgenden Funktionen keine vollständige Liste der März-Update enthaltenen Inhalte darstellen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig vorweg. Es wird eine Geschichte-Episode geben von Karan, enthält Hysteri und Illusions-Bambus-Inseln, also zwei neue Inseln. Und alleine dieser Text, ne, lest euch den einfach nochmal in Ruhe durch. Aber als ich den gelesen habe, dachte ich schon so, boah, das klingt so episch einfach. Ab Gegenstandsstufe 1100 bin ich noch ein bisschen von entfernt. Ich weiß, dass viele von euch da draußen schon easy peasy die 1-1 geknackt haben. Aber ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ich weiß aber auch, dass es vielen anderen genauso geht wie mir. Also von daher, stresst euch nicht, das ist das Wichtigste. Stresst euch nicht, während ihr dieses Spiel genießt. Spielt es mit eurem Tempo, lasst euch von niemandem unter Druck setzen. So, hier sind ein paar Dinge beschrieben, wie gesagt, worum es geht. Es geht halt um die Geschichte von Karan, dem ersten Schlechter der Wächter. Allein das muss so ein geiler Dude einfach nur sein. Man muss natürlich ein paar Sachen vorher erledigt haben. Spieler müssen sowohl Phaeton als auch die folgenden Quests abgeschlossen haben. Jorn, Flüsterholm und Illusions-Bambus-Insel Ende der Prüfungen als Voraussetzung halt dafür. Damit man halt diese Quest spielen kann. Ist halt, wie gesagt, Endgame-Schüssel. So, und jetzt wird's wild. Ab Grund Raid. Nicht Abgrund Dungeon, sondern Abgrund Raid. Und das ist der allerallererste. Und es ist Argos. Das ist dieses Viech hier. Das sieht absolut episch aus. Was ist das Besondere daran? Es funktioniert natürlich ähnlich. Es ist irgendwie so eine Mischung aus beidem. Aus einem Wächter Raid und einem Abgrund Dungeon. Also, erlebt eine völlig neue Endgame-Aktivität, die Abgrund Raids. Ähnlich wie bei den Wächter Raids müssen die Spieler zusammenarbeiten, um einen Wächter zu besiegen, bevor die Zeit abläuft. Also es ist wieder auf Zeit. Wobei der Gruppe nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen zur Verfügung steht. Genau wie bei den Wächter Raids. In Abgrund Raids treten acht Spieler, nicht vier, acht Spieler gegen einen Wächter an. Diese sind jedoch größer, böser und viel stärker als der durchschnittliche Wächter. Die Spieler müssen drei verschiedene Phasen durchlaufen und zusammenarbeiten, um ihren titanischen Gegner zu bezwingen. In den drei Phasen wird der Wächter durch unterschiedliche Mechaniken und Angriffsmuster immer mächtiger. Fast schon wie so ein Dark Souls Boss irgendwie. Jede Phase hat ihre eigene Belohnungen, die einmal pro Woche eingesammelt werden können und unterschiedliche Gegenstandsstufenanforderungen, die die Spieler erfüllen müssen. Argos wird über die Abgrund Rage Statue und so weiter. Das sind noch nicht alle Inhalte, die im März Update enthalten sein werden. Bleibt dran, für die vollständigen Versionshinweise einschließlich Details zu zusätzlichen Änderungen und Fehlerbehebungen. Das heißt, der Patch wird halt nicht nur Content bringen, sondern ich hoffe halt wirklich einige Bugfixes, um uns das Leben ein bisschen leichter zu machen in Arkesia. Weitere Informationen, einschließlich Datum und so weiter, weil nicht bekannt, werden wir mitteilen, sobald das Update fertig ist. Also, wann kommt es genau? Ich denke nicht diese Woche. Kommt es nächste Woche? Gut möglich. Man weiß es nicht. Von daher, wenn ihr Bock habt und dort auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert gerne den Kanal. Ich freue mich mega auf den Abgrund Raid, denn das ist auf jeden Fall eine Aktivität, die wir gemeinsam on Stream auf jeden Fall auch spielen können. Von daher abonniert auch gerne den Twitch-Kanal, wenn ihr Bock habt, einfach hier ein bisschen mit der Community rumzuchillen. Und das war es auch schon. Also, erster fetter Content Patch zu erwarten im März. Habt ihr Bock drauf? Lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinungen und Kommentare halt unter einem Video da. Denn ist euch das zu schnell? Ist es genau richtig? Ist es irgendwie nice? Ich persönlich finde es cool. Ich finde es cool, dass wir uns so schnell nach dem Release, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen gepusht haben, auch schon einfach ein bisschen was hinterher schmeißen. Und ganz ehrlich, das ist halt ein Abgrund Raid von Argos und halt nicht irgendwie 10 oder so. Und selbst wenn, man hat halt eh immer ein Ziel durch das Gearscore, sag ich mal. Auch Argos wird einen bestimmten Gearscore irgendwie voraussetzen, dass man da überhaupt rein kann. Also, ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich bin ganz ehrlich, lieber die entwickeln das Game weiter und bieten uns Content, als jetzt einfach viel zu lange einfach nur die Klappe zu halten, gar nichts zu machen. Das ist meine Meinung. Ich freue mich am meisten auf die Roadmap, damit wir halt auch sehen können, wann die ersten Charaktere in die neuen Klassen kommen. Ich vermute, es wird wahrscheinlich nur der Summoner werden, weil der ja praktisch schon in der Schublade liegt, weil er ja schon fertig war. Aber ja, lasst uns einfach mal überraschen. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich mega, dass euch der Content gefällt, dass ihr immer wieder einschaltet. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.